Ja, wie man hier sehen kann, ich kann gemütlich laufen und das Knie wird gut gestützt, die Bandage bzw. die Kniestütze bleibt an Ort und Stelle, sie rutscht nicht herunter, auch beim schnelleren Laufen nicht, sie stützt gut und die Schmerzen, die ich vorher immer im Knie hatte, die sind hier also kaum mehr zu spüren und das finde ich richtig super. Ja, die beiden Bandagen, also die Kniestützen, die haben an der Seite jeweils so einen Hebel mit drei Stufen, wo man die Stärke der Feder einstellen kann. Das finde ich sehr schön, praktisch. Und so hört sich das Ganze an, wenn man läuft, muss man sich dran gewöhnen, aber das ist kein Problem. Es stützt wirklich gut und es lässt sich doch einfach bewegen. Und so ist es von oben. Jetzt zeige ich mal einfach, das geht auch ganz super schnell auszuziehen. Hat schöne große Klettverschlüsse, also hier rutscht definitiv nichts runter und ja, die werden einfach rechts und links ums Bein herumgeschlagen und hinten an der Wade fixiert. Was ich auch super finde, dass das Material atmungsaktiv ist, hier sieht man sehr viele Löcher, na, ihr seht das, genau, richtig gut atmungsaktiv, hier schwitzt definitiv nichts.